Heiho, Freunde! Egal, dann vielleicht noch, ähm, Let's Play, äh, Let's Play, ich mein, Super Mario Bros. 1, das ist einfach geil, ich weiß nicht warum, ich mag das Spiel, das erste Jump'n'Run, also das erste richtige Jump'n'Run-Spiel, ähm, dann vielleicht ein Pokémon-Spiel, was ihr wollt, mir egal, also, ich mein jetzt Silber, Gold, Blau, Rot, äh, Violett, äh, äh, grün gestreift, keine Ahnung, sowas, ähm, und, ja, das ist jetzt nur ein kurzes Video, ist jetzt knapp eine Minute, und was ich auf jeden Fall noch machen werde, wenn ich mir eine Xbox 360 hole, mit Death4Dead, Uncut natürlich, höhöhöh, werde ich jetzt auch Let's Play mit einem Kollegen zusammen, wenn alles klappt, wie wir wollen, und, ja, dann war's das jetzt schon wieder von mir, als eine Minute Video schon zu Ende, ist nur ein kurzes Infovideo, schreibt es in die Kommentare, was ihr irgendwie das nächste sehen wollt, ich werde auf keinen Fall auffüllen mit Let's Play, es macht so Spaß, ich hab auch treue Fans, die auch Verständnis mir zeigen und so, wie jetzt das mit diesem, was ich gepostet hab, ja, dann werd ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Zaki.